eine woche jesus haus ist vorbei aber für uns soll es spannend weitergehen jeden abend wollen wir mit euch in das markus evangelium gucken weil markus eine ganz spannende frage stellt wer ist eigentlich dieser jesus wir wollen dazu jeden tag von montag bis freitag in das markus evangelium gucken und uns dabei die frage stellen welche relevanz hat das eigentlich für unser leben montag bis freitag nur einmal sonntag nämlich der ostersonntag lesen wir zusammen ein kapitel und abends 19 30 dürft ihr ganz gespannt sein da gibt es entweder eine kleine challenge oder einen livestream oder einen kleinen clip schaltet auf jeden fall ein